Liebe Freunde, ja, ich bin ja grundsätzlich sehr, sehr dankbar, wie meine Musik im Moment gestreut wird. Im Konzerttheater Bernd auf das Stück 3193. Die guten alten Feitpils sind unterwegs mit ihrer neuen Single «Curiculum». «Zwing Uri», das Stück, das wir in Altdorf haben aufgeleistet, findet in die heitere Fahne. Nachher dafür einen Chor begleiten, einen speziellen Chor in Markuskirche. Und für das Märchen im Stadttheater die Musik schreiben. Ja, soweit eigentlich alles perfekt. Ein Projekt, noch nicht ganz auf guten Wegen, ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Es fände am 4. November statt. Zusammen mit dem fabulhaften Sagenerzähler Jürgen Steigmeyer kann ich im Restaurantschloss «Köni zu Abend» gestalten zum Thema jenseitige Begegnungen. Ja, jetzt keine Angst, das ist weder gross esoterisch noch furchtbar ernst, dass der Niedergeschlag zu Hause geht. Es ist ein Unterhaltsamen Abend mit ein paar interessanten Inputs und einem sehr fein Essen dazu. Aber eben, wir können das nur durchziehen, wenn wir Anmeldungen reinkommen. Wir warten bis am Freitag ab und schäden nachher. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr schnell die Agenda zuckt und schaut, ob das nicht irgendwie drin liegt. Und wenn ja, dann euch anmeldet. Merci vielmals für die Unterstützung und habt's schön. Ciao zusammen. Ciao. 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 Ciao.